Hey Leute! Heute zeige ich euch mein erstes Video, jetzt außer ein paar Trailern und kleinen Animationsfilme so, wie ihr ein paar kleine Partytricks machen könnt. Der erste Trick, den ich jetzt zeigen möchte, ist, ihr lasst so ein Stäbchen eben für den Mund, Tarnstocher verschwinden. Hingucken und wieder her. Nochmal. Jetzt die Auflösung. Ihr braucht dafür nur einen Zahnstocher und Tesafilm. Dann macht den kleinen Streifen ab, befestigt ihn so wie hier mit der Spitze daran. Dann nehmt ihr hier den Kleber, den Tesafilm, und klebt ihn euch hier so auf den Daumen. Auf dem rechten oder auf den linken. Kommt drauf an, ob ihr rechts oder links hinter seid. So, dass ihr schön noch ein bisschen Bewegung könnt, damit ihr ihn vielleicht rausnehmen könnt. Dann nehmt ihr eure Finger, tut sie davor, und wenn ihr ihn verschwinden lasst, mal in Zeitlupe, also ganz langsam, versteckt ihr ihn hinter eurem Daumen und hinter eurer Hand. Das sieht dann nochmal ganz schnell so aus. Und dann wieder zurück. Dieser Trick funktioniert eigentlich fast immer. Und ziemlich alle, die ich kenne, haben erstmal überhaupt nicht gewusst, wie ihr geht. Jetzt im zweiten Trick werde ich euch zeigen, wie ihr zwei Gummibänder an eure Finger... Guckt einfach zu. Hier. Nicht verzaubert oder so. Okay, jetzt habe ich noch ein großes Gummiband. Das nehme ich dann einfach dreimal. Da hat es ungefähr die Größe von dem. Hier hin. So. Ja. Da am Zeigefinger und Mittelfinger ist gelb. Und am Drehfinger und am kleinen Finger ist rot. Jetzt gelb, rot. Getauscht. Da ist jetzt gelb, da ist jetzt rot. So und jetzt aufgelöst. Es ist wirklich nichts magisch an den Bändern, an den Gummibändern. Aber ein bisschen Illusion gehört schon dazu. Ihr nehmt das Zeigefingerband als erstes. Und tut es hier gut unauffällig, wenn ihr es gerade ziehen wollt, noch hier rüber. Macht dann so. Das gleiche macht ihr auch mit dem gelben Band. Oder mit dem kleineren Band. Und zieht das dann auch darüber. Aber es muss da drunter sein. Dann macht ihr so. Und ihr strengt einfach eure Finger ganz schnell aus. Dann sind die schon gewandert. Das war der Trick. Und die Auflösung. So. Mit dem hier. Jetzt aber unten durch. Wenn das schon so ist. Ja. So. Ich verabschiede mich jetzt mit einem kleinen Rätsel für euch. Wie geht das hier? Zwei getrennte Büroklammern verbinden. Schreibt es in die Kommentare. Und ein magisches. Oder gamerisches. Konfliktlülergops. Wiedersehen.